Einfach krass, ja, dort ist auch der Mund, der Mund, Mund, nicht Mund, Mund. Mit dem Mund spreche ich jetzt, ja. Sie haben schon die Lateinen, denke ich, angeschaltet. Und jetzt gehe ich zu McDonalds, ja, ich kann auch zu Hause essen, ja, und ich habe Fleisch, ja. Wie ist es so, wie gesagt, kühl, schön Fleisch. Aber es ist schon ein bisschen spät, also es ist 9.30 Uhr und ich will es nicht kochen. Und ich bereite euch morgen zu. Besser wäre so. Und noch einmal, ja, ich empfehle euch, es zu besuchen, weil es lässt sich also mit dem Ausblick von Prager Schloss oder Prager Burg. vergleichen. Hier haben wir einen Tunnel. Ja, ich bin hier noch nie gewesen und ich bin ein bisschen verwirrt, ja. Ja, als ich sah, dass, äh, ich soll also unter dem Berg gehen, also, aber ich wusste nicht nachziehen, wie er es sonst hat, ne. Interessant. Michael, Sie sehen, was das bedeutet? Ich bin auf dem Berg. Oh, shit. Ich sehe, wo ich gehe. Dangerous, dangerous. Es ist ein Tunnel. Ich bin fast, weil hier ist ein Tunnel, ja, und ich wusste nicht, wie gesagt, dass es hier so flat ist, aber nein, es ist wie ein Tunnel. So, wie du siehst, wirklich fast, ich habe noch nie hier vorgebracht, meine Fahrzeuge, schon 15 Minuten für frei. Ich bin raus. Es ist, äh, es war ein, es war ein, es war ein unglaubliche Fahrt, also, Quiri, Stahl, Brasse, ja. Und ich bin hier schon gewesen, weil hier unsere, ähm, also, Freundin, Naja, Freundin, Mischa Freundin hier lebt. Also, ich bin sicher, ich, ich bin, äh, ihnen hier geholfen, ja. Und ich habe es auch gedreht, als wir umgezogen sind, äh, sind, bewahren. Oh, ein Cardinals. Ich habe mich entschlossen, dass ich Radfahren werde, wenn ich noch Zeit habe, also, wie ich gesagt habe, jeden Tag haben wir 15 Minuten frei, kostenfrei, also, wir sollen dafür nicht zahlen, alles bezahlt, eine Fahrschein, Applikation. Ja, weil ich eine kleine Fahrkarte habe, monatliche, habe ich diese Möglichkeit hier, meine ich, mit dem Rad jetzt gerade kostenfrei fahren, toll, krass. Das ist ein, das ist ein, das ist ein schönes Viertel. Und es ist Sommer, das, was ich eigentlich wollte, na. Und jetzt gehe ich. So, ein McDonalds, das ist noch schöner. Ja, also, bin ich hier gekommen, frisch. Ja, genau, frisch. Das ist ein, das ist ein, neuer McDonalds, also, alles hier ist modern. Und, und, neun. So, dieser McDonalds ist vielleicht neu, ja. Das ist auch sehr, sehr modern, sehr neu. Ja, sehr cool. Und es gibt hier, keine Besucher, ja. Nur ich, und, diese, Ger, Gerlern. Gerlern, vielleicht. Diese zwei Jungs. Warum ist es so? Na, Vielleicht, weil weniger Leute es kennen. Jetzt mache ich zu Hause. Nein, nach Hause. Ich habe hier meine meistrussischen Freunde getroffen. Ja, es ist unglaublich. Wieso ist es möglich? In der Nacht, in Prag. Nein, nein. Nein, nein.